10. Neun 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Puh. Es war so klar. Es war so klar. Au. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen weiter von der Scheibe weggehen sollen, ja. Wäre vielleicht besser gewesen. Das meint ihr mit Geh in Deckung. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, war ein guter Tipp. War ein guter Tipp. Ich habe ihn nur nicht befolgt, aber wir gehen weiter. Noch lebt Batman. Es piept zwar ein bisschen in sein Öhrchen, aber es wird schon wieder besser. Batman übersteht das. Batman hat schon Schlimmeres überlebt. Oh, er hat sogar einen Thron. Druckerfeier Silvester. Wieso hast du Batman nicht gestoppt? Ich? Es war dein Plan, du alberner Clown. Ich schicke dich zurück zu dem Bauchredner, wo du hingehörst. Batman bleibt ganz cool. Du musstest alles kaputt machen, oder? Bane zusammenschlagen, Scarecrow an Krog verfüttern, Harley fertig machen, was übrigens mein Hobby ist. Und alle meine Schönen werden Pflanzen ruinieren. Es ist vorbei, Joker. Vorbei? Wieso, mein Lieber, vom Wahn besessener dunkler Ritter? Es hat noch nicht mal angekommen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nicht zwei auf einmal. Habe ich doch vorhin schon so, mir schon so schwer getan. Oh. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh, ausweichen. Nein, 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 nein. Huh. So. Rent mal wieder einer von euch, oder? Ja, du rennst. Der rennt zumindest. Können wir sie vielleicht gegeneinander dann kämpfen lassen. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Da habe ich auch schon wieder gerade den Konter gedrückt gehabt. Er hat den bloß nicht gemacht. Ausweichen, Batman. Nö, dann war ich nicht aus. Okay, Batman, dann war ich nicht aus. Warum auch ausweichen, Batman? Ausweichen kann ja jeder. Ja, boxt euch gegen... Oh, Batman, du bist ja eine ganz schlechte Ecke. Zwischen den beiden, die gerade ausrasten. Aber den einen haben wir immerhin schon so weit, dass wir ihn gleich verletzen können. Oh ne, ne, der ist noch... Hat er gerade... Ach ne, der nimmt den anderen, der schon am Boden lag. Ich dachte, der noch nicht nur betäubt war, hätte er genommen. Ja, ich glaube, die erste Runde geht dann, glaube ich, an Dieter. Ah! Das ist... Batman ist einfach mal zu langsam. Man will ja ausweichen. Man weiß, was man tun muss. Aber er tut es einfach nicht. So, schön hier die Kombo hinlegen. Oh, und dann direkt auf dem anderen drauf. Ja, so habe ich mir das vorgestellt hier. So habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Schön hier auf den anderen direkt drauf hier. Zwischendurch noch mal ein paar von den Gegnern mitnehmen hier. Aber der macht sich gegenseitig wenig Schaden, glaube ich, wenn er da den anderen haut, oder? Ne, das macht tatsächlich nicht so viel Schaden. So, aber zumindest hat man hier mehr Platz als beim anderen Raum. Beim anderen Raum war auch ein bisschen das Problem, dass man nicht wirklich ausweichen konnte. So, aber hier geht das natürlich viel besser mit dem Ausweichen. So, dann fängt der andere schon wieder völlig random anzuschlagen. Oh, ausweichen, ausweichen. Der andere ist schon wieder im Rage-Modus, oder? Ah, nee, der andere ist betäubt. Oh, nein, der ist betäubt. Schnell dahin, schnell dahin, Batman. Schnell dahin. Weg, Batman, weg, weg. Ja, wie ist er da gerade vorbeigekommen, ey? So, auf den hier drauf. Jawohl, 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 jawohl. So, komm, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Action. Auch ein bisschen hier Gegner umprügeln. Ja, gar nicht so verkehrt hier. Gar nicht so verkehrt hier. Hopp, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ein bisschen hier Abstand gewinnen. Oh, nein, wirf, wirf, wirf. Oh, Batman. Mach doch einmal, mach doch einmal, Batman. So, einmal wieder drauf auf den hier. Ne, momentan habe ich keine Lust auf Banane. Momentan habe ich eher Lust auf Gegner besiegen. Oh, das macht ja richtig Schaden denen, wenn die sich da gegenseitig boxen. Oh, das ist super. Hätten wir schon mal früher machen sollen. Ne, haben wir ja vorher auch schon gemacht. Oh, der andere redet auch gleich schon wieder. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ah, nein. Eine neue Vorhersage hat begonnen. Wisst ihr jetzt eure Kanadepunkt? Ich habe keine Ahnung, was die Vorhersage ist. Hä, warum muss ich denn nicht... Ach doch, der ist betäubt, oder? Der boxt nur rum. Ah, ja, ne. Ich glaube, ich verkack schon wieder, weil ich dann wieder gegen die kleinen Gegner dann boxen muss. Das wird schon wieder richtig schwierig. Oder weil ich es einfach nicht schaffe, denen auszuweichen. Ja, zwischendurch einfach mal zu viel Schaden. Ausweichen, Batman. Hat zwischendurch, glaube ich, einfach mal zu viel Schaden genommen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Nein, der boxt, der boxt, der boxt, der boxt. Der boxt, der boxt mich um und der andere rennt in mich rein. Ja, schwierig. Der Loser hatte keine Chance. Ich meine, es ziehe mich an. Ja, das ist schon machbar. Ich habe es ja jetzt gerade eben auch schon fast gehabt. Die waren ja auch schon beide fast tot. Yay, den selben Bosskampf nochmal. Den selben Bosskampf nochmal. Ist der Joker-Bosskampf echt so heftig. Die Steuerung funktioniert einfach nicht. Die Steuerung funktioniert nicht, wie sie soll. Der war, den habe ich nicht annähernd so schlimm in Erinnerung hier. Den Bosskampf. Der ist ja eigentlich schwierig eigentlich. Problem ist einfach, dass die, dass er nie kontern. Deswegen, ich die ganze Zeit Lebensenergie verliere. Weil es einfach so viele Gegner... Da! Drei gedrückt. Nichts passiert. Drei gedrückt. Oh, diesmal macht das. Diesmal macht das. Nice. Er hat mal gekontert. Puh. Okay. Okay, 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 okay. Ich sollte einfach gar nicht mehr reden. Ich weiß schon, wenn ich nicht mehr rede, dann bin ich immer erheblich besser. Das ist auch immer das Problem, wenn ich streame und dabei rede. Weil es geht sowas auf den Skill immer. Das ist echt unfassbar. So. Ja, Batman. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde früher, habe ich schon Ausweichen gedrückt. Und er hat es einfach nicht gemacht, weil er schon hier im Kampf drin war noch. Man kann einfach Aktionen nicht abbrechen. Eigentlich sollte so eine Aktion wie Ausweichen, sollte er alle anderen Aktionen, die er gerade macht, überschreiben. Nee, er macht natürlich seine aktuell laufende Aktion immer noch zu Ende. Vielleicht muss man vorher von denen schon mal mehr eliminieren. Damit ich ihn nicht am Ende immer gegen so viele auf einmal kämpfen muss. Da es noch so viele da sind. Ich glaube, das hilft vielleicht. So. Es ist halt so schlimm, man kann sich nicht drauf verlassen, dass er halt die Gegner kontert. Das ist das Nervige. Sonst könnte man hier immer Problem... Problemlos reingehen. Weg, weg, weg. Du machst Hackfleisch aus mir. Du wahrscheinlich nicht, aber einer von den Großen vielleicht. So, einmal auf den hier. Genau, wunderbar. Das war schön. Damit können wir eigentlich gleich weitermachen. Oh, der bleibt liegen. Das ist gut. Oh, auf die Kamera wieder drauf. Schön. Nein, Batman, auf den drauf, auf den drauf. Genau, und dann auf die ganzen Gegner hier. Ich glaube, das größere Problem sind tatsächlich die Gegner für mich, als die... Also, die sind die kleinen Gegner tatsächlich das größere Problem. Das größere Problem ist die Großen auf jeden Fall. So. Ja, nochmal ordentlich reingehauen. Schön. Dem anderen auch nochmal Schaden gemacht. Oh, der bleibt gleich liegen. Das ist gut. So, dann gleich mal drauf auf den hier. Und dann mal hier besiegen, was hier noch so rumläuft. Boah, richtig schönen Schaden dem anderen, dem Großen gleich gemacht hier. So, und noch einen kritischen Treffer hinterher. So mag ich das doch. Die normalen kommen nach, bis die Titanen ausgestaltet sind. Echt? Okay. Na gut, dann ist meine Theorie von vorhin falsch gewesen. Na gut, dann kümmern wir uns mal um die Titanen zuerst. So, Batman, ausweichen. Genau. Nice. Ah, du drückst Dreieger, er drückt einfach gar nichts. Also, er tut gar nichts. Äh, nicht Dreieger. In dem Fall hätte ich den anderen Typen angreifen wollen. So, ausweichen. Ausweichen, Batman. Ach, gut. Über den anderen drüber ausgewichen, völlig egal. Oh, der andere liegt. Ah, nee. Nee, der liegt nicht. Ich dachte, der wäre schon erledigt, aber das war er noch gar nicht. So, aber der da ist dafür gleich erledigt hier. Den haben wir gleich. Schade ist auch, wenn er seinem Kollegen richtig viel Schaden gemacht hat. Dann ist er auch immer gleich erledigt. Eigentlich lohnt es sich ja immer noch, zwei oder so von denen leben zu lassen, damit nicht die nächste Welle kommt von denen, oder? Batman, wer... Oh, wirft doch nicht so spät erst das Ding, ey. Oh, das sollst du nicht machen. Ausweichen, Batman. Oh, puh. So geil. Man sieht so einen Zeitlupe, die Faust von dem Gegner kommen und man kann nichts mehr machen. So, ausweichen, Batman. Ja, genau so geht das hier mit dem Ausweichen. So, jetzt... Nein, nicht den Gegner. Ja, genau. Auch einfach alles, was sich bewegt, passt schon. So, wieder ein erledigt. Oh, du wirst mich auch erledigen. Das merke ich schon hier. Da haben wir leider etwas zu spät das Ding erst geworfen. Beziehungsweise, Batman hat das Ding zu spät geworfen. Gedrückt habe ich es natürlich früher, aber... Ah, nee, es hört auf, wieder die zu werfen. Das ist nicht so eine feine Aktion, viel von dir. Aber es ist echt clever, immer zwei von denen leben zu lassen, weil dann keine neue Welle kommt. Das macht es echt erheblich leichter, muss man sagen. Weil jetzt waren nicht annähernd so viele Gegner wie bei den Kämpfen vorher. Starkiller 13197, herzlich willkommen. So, zweiten hätten wir damit auch erledigt. Ich zweifle immer mehr daran, die anderen Batman-Spiele zu spielen. Ja, seht ihr, jetzt kommt nochmal eine... Ach, ja, hä? Doch keine Welle. Gut gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Freund, der Kommission, oh Gott! Also, er sieht ganz schön runtergekommen aus. Den sollten wir aufpeppen. Nein! Batman! Aua. Rauch damit! Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir gleich viel Spaß, Kinder. Du widersetzt dich der Veränderung. Das ist nicht ernst. Komm schon, gib auf! Willst du mit harten Bandagen kämpfen, Batman? Ja? Deine Sache! Deine Sache! Kitzel, kitzel! Du ruinierst mir meinen großen Abend. Du hast Monate der Planung zunichte gemacht. Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen. Und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist. Während du blutend in einer Ecke vor dich hinkicherst. Aber sogar das hast du mir verwehrt. Ich habe nichts, wofür ich lebe. Okay. Batman auf Drogen. Ja, nicht nur Batman auf Drogen. Ich glaube auch Joker auf Drogen. Die Anstalt von Arkham bleibt verriegelt. Ihr Personal unterliegt der Gewalt der randalierenden Insassen. Vor zehn Minuten haben wir diese aufgezeichnete Nachricht erhalten. Schöne Grüße, Gotham. Hier ist Joker. Arkham gehört mir. Wann schon werde ich dem unsagbaren Wahnsinn auf den Straßen Gothams frei laufen lassen. Aber richtet eure Augen zuerst auf die Hausdächer. Und werdet Zeuge der endgültigen Zerstörung eures geliebten dunklen Retters. Wir haben den Turm umkreis seit Wannsee. Da, Joker führt seine Aktion durch. Oh. Er hat sich verändert. Gendi Brick, vielen Dank für dein Drummond auf jeden Fall. Oh yeah. Sieht schon richtig eklig aus. Batman. Gib den Trümpeln was. Ob wir, was sie quatschen können. Zwei Freaks in einem Kampf auf Leben und Tod. Oh nein. Und nur für eine einzige Nacht. Heißen Sie bitte unseren außergewöhnlichen Gastschiedsrichter. Willkommen. Oh. Na los, komm schon. Verändere dich. Und durch. Das ist der einzige Weg, mich zu schlagen. Du weißt, du willst es. Niemals. Du hast das Gegenmittel an dich selbst verschwendet? Na, das ist doch mal witzig. Aber du hast mir trotzdem den Spaß verdammt. Dafür werde ich Arke mit deinem Blut bemalen. Let's get ready. To Tango. Oh yeah. So, ihr könnt auch mal Abstimmung machen. Schaffst du es in unter drei Tonen? Au. Aua. Oh, erst mal reinhauen hier. Oh, okay. Okay, okay. Ich muss erst mal raus. Verstehen, wie er funktioniert. Äh. Was muss man sich hier tun? Ich habe ihn schon für euch weichgekocht. Ach, mehr von denen. Maximilian 615. Herzlich willkommen. Oh ne, es kommt sogar die mit dem Stromschocker noch dazu. Oh, die hat er nicht noch gebraucht. Und Ringrichter, wie ging die Runde ihrer Meinung nach aus? Was? Sprechen sie lauter. Alles okay, komm weg. Okay. Momentan einfach nur auf die Gegner drauf prügeln. Ah, die kriegen noch... Ah, diese Geschenke sind quasi Waffen für die Gegner. Ich verstehe. Ich glaube, den Joker muss ich einfach nur ausweichen, wenn er mich angreift. Was ist das? Was ist das? Er hat mir gerade nichts explodiert. Ja, es explodiert. Natürlich explodiert das. Diese neu, die sozialen Dinger. Die gab es vorher noch nicht. Ach, Batman. So, hauen wir sie aus dem Ring raus, die Gegner hier. Erstmal denen. Oh, Mann. Wir haben doch halt ein Ding auf das Ding drauf. Mensch, Batman. Draufwerben sollst du da was? Geht doch. So, jetzt nochmal Kanalpunkte verdienen. Werde ich sie unter drei Toten schaffen. Lauchzukunft. Herzlich willkommen, auf jeden Fall. So, kann man jetzt auch noch innen draufwerfen. Werfen da oben. In der Abreibung von mir, Jungs. Er langweilt mich. Offensichtlich noch nicht. Offensichtlich müssen wir noch mehr Club-Kollegen. Wieso schlägt der Batman auch so langsam zu, immer? Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin. So wissen, äh? Nein. Dieser Überzeugung bin ich nicht. Wobei der Größte bist du tatsächlich gerade. Durch dieses Zeug, was du da genommen hast. Und nein, das ist nicht das Zeug, was der Länder und ich immer vorliegen. Und die Hände hat schon's nicht. Ihr habt die Ideen schon wieder. So. Oh nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh doch weg und tut das Ding in die Luft, jagen, Batman. Hier auf... Ja, geht doch. Mann, Mann, Mann. Ich will hier halt immer kontern, indem ich schneller zuschlage als sie. Aber das funktioniert nicht, weil die so extrem schnell zuschlagen. Batman braucht einfach ewig, bis er zuschlägt. Aber kontern kann er mega schnell. Oh. Wenn ich hier fertig bin, werde ich auf Gott. Geh von mir runter. Ja, natürlich muss das Ding genau explodieren, wenn ich da stehe. Schaut ihm ein paar rein. Ich muss mich an die Stadt wenden. Ja, okay, hab's verstanden. Muss ich die Typen besiegen und dann kann ich die Bergklo anwenden und ihn runterholen. Hier wieder. Alles klar. Hab ich kapiert jetzt? Das Spiel hat's mir ja auch erklärt jetzt. Jetzt können wir das auch schaffen. So, schön die eigenen Leute hier umbringen mit seinen Dingern. So muss das sein. So, haben wir jetzt mal hier. Nein, haben wir noch nicht. Ausweichen. Ach. Drach. Tut einfach. Er tut einfach nicht, was er soll. Er tut einfach nicht, wie er soll. Der Batman. Genau. Komm, Batman. Genau. Auf das Ding drauf. Scharf. Vielleicht haben wir noch die erste Runde. Vielleicht klappt es damit zumindest noch. Ja, wie soll ich denn mit der Bergklo zielen, wenn ich hier gerade noch die Gegner besiegen muss. Hubschrauber für so einen alten Typen wie mich? Das schmeichelt mich. So. Versuchen wir mal wieder runter zu ziehen hier. Was machst du da? Ich versuch's ja. Werde ich direkt den zweiten Teil spielen? Ne, werde ich nicht. Ich werde ja darüber erstmal abstimmen lassen. So, können wir ihn jetzt hauen hier? Ja, ein Leben haben wir ihm abgezogen. Oh mein Gott, heißt das müssen wir jetzt... Oh, jetzt heißt das wieder nur, hier können wir nur ausweichen. Das hab ich jetzt schon verstanden. Oh, ausweichen, Batman. Ausweichen, Batman. Puh, hu, 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 hu. So, deine Leute kommen jetzt gleich wieder, oder? Oh, nein, jetzt kommen auch die mit Messern. Oh, nein, nicht die mit Messern. Nicht die, nein, ausweichen. Nicht die mit Messern. Oh, ausweichen. Oh, Batman. Tu mir den gefallenen, tu doch mal immer das, was du sollst, Batman. So, zum Beispiel... Oh, Ringrichter, wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Was? Sprechen Sie laut da. Hahaha. Ausweichen. Da gibt's schon wieder Explosionen hier. Ist ja gerade der Gegner selber in die Explosionen reingelaufen. Bin mir grad nicht sicher. Ah, komm, mach den kaputt, mach den kaputt. Ausweichen, nein. Mach den nicht kaputt, okay. So, dann haben wir hier die Taste schön gedrückt. Wunderbar. Da kommt schon wieder so ein Explosiv-Ding hier. Oh, weg, weg. Ah, geht noch nicht. Jetzt geht's in die Luft. Oh, weg hier. Genau, ärgert ihr euch mal mit dem Explosiv-Ding da oben rum? Ihr seid immer noch nicht fertig hier. So. Schön. Doch, tut es. Zumindest ein bisschen. Oh, so. Runter mit dir. Uiuiuiui. Warum sollte man eigentlich für den Joker arbeiten? Weil er einen aus dem Gefängnis rausholt zum Beispiel. Deswegen könnte man für den Joker arbeiten. Also, wenn man sowieso schon ein Fiesling ist und im Gefängnis ist. So. Oh, ich liebe Lebensenergie dazu. Das ist gut. Da trifft er mich immer. Zieht mir die Hälfte meiner Lebensenergie ab. Alles klar. Oh, da hilft nur wer kickt. Dritte Runde. Okay, okay, okay. Du langweilst mich, Betz. Kümmert euch um ihn, Jungs. Ja, die kümmern sich immer sehr nett um mich. Oh, da sind jetzt aber keine von den ganz gefährlichen Gegnern dabei, oder? Also, nur die Standardgegner dabei. Die sind zwar auch gefährlich, aber nicht ganz so gefährlich wie die mit Messern oder sowas. Da kommt bestimmt noch mehr Zeug. Oh, Lauchzukunft. Vielen Dank für dein Prime-Traum. Freut mich, dass es dir hier gefällt. Herz in den Chat für ihn. So, dann kriegst du gleich wieder zurück, dein Baseball-Schläger. Oh, nein. Es explodiert gleich wieder. Die Stimmung explodiert. Haben wir auf jeden Fall wieder welche mit ausgeschaltet. Dazu haben wir sie betäubt. Also, ganz verkehrt war es jedenfalls nicht. Ich glaube, er hat gerade schon wieder so ein Ding in den... Oh, nein. Sie haben jetzt Waffen. Oh, nein. Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh, shit. Den haben wir da Waffen viel zu spät gesehen. Ah, shit. Und noch einer mit so einem blöden Stab auch noch dazu. Als wenn es so nicht schon gereicht hätte. Ausweichen. Ach, Batman. Tu mir doch dann den Gefallen und tu, was du tun sollst. So, die Gegner möglichst nicht zu den Geschenken lassen, würde ich sagen. Oh, weg von dem Ding. Die Gegner nicht zu den Geschenken lassen. Nicht, dass sie uns hier gleich wieder... Boah, wie schnell ist Batman bitte da schön gerade rübergelaufen. Ich werde seine Leiche durch die Straßen schlüpfen. Du wirst ja erstmal hier runterkommen auf den Boden der Tatsachen, würde ich sagen. Hier. Wenn ich einen Boden finische, kann ich nicht kontern. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich kann's vertragen. Ich kann alles einstecken, was du austeilst. Bats, du kannst mich nicht besiegen. Ich werde gewinnen. Bereit zur nächsten Runde? Immer. Was? Ich werde dich niemals gewinnen lassen. Niemals. Bamm. Für den König. Erstmal aufrecht hinsetzen. Nice. Jetzt ist Batman am Start. Das war jetzt der erste Versuch, oder? Das war jetzt tatsächlich der erste Versuch, oder? Bin ich einmal gestorben? Nee. Ich glaube, das war der erste Versuch gegen Joker. Geil. Erster Versuch hier. Jawohl. Der ist nicht so schwierig gewesen wie diese Typen vorher unten. Das war echt besser. Gott sei Dank, ich war so besorgt. Mir geht's gut, Barbara. Das GCPD kontrolliert endlich die Anstalt. Die Ärzte behandeln die Verletzten, aber so wie's aussieht, dauert das. Alle Superverbrecher sind wieder in Haft. Ach, da drin herrscht ein ganz schönes Chaos. Und die durch das Venom verändernden Insassen werden wieder normal. Obwohl für manche der Prozess schmerzhaft ist. Und Dad, wie geht's dir? Ich überlebe's. Wir sehen uns heute Nacht, Barbara. Blöde Sache, das mit deinem Auto. Kann ich dich mitnehmen? Danke, Jim. Ich komm alleine klar. Ruhe dich aus. Du verdienst es. Die Second National Bank wurde gerade von Howie Dent, alias Tufeld. Sei vorsichtig, Jim. Wir fliegen wieder zurück von dieser verfluchten Insel zurück ins verfluchte Gotham. Ich muss wohl die 100% anfangen. Na, ich glaube nicht, dass ich hier noch die 100% anfangen werde. So, ja. Muss sagen, es hat Spaß gemacht, das Spiel. Es ist deutlich besser gewesen, als ich in Erinnerung hatte. Diesen Vorkampf vom Bosskampf, den hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Der war ein bisschen nervig jetzt gerade eben. Aber es wurde dann besser auf jeden Fall. Es wurde zum Schluss besser. Ja gut, grafisch war es auch echt. Haben sie wieder gut gemacht hier. Schaut auf der PS5 auf jeden Fall noch ordentlich aus. Gameplay ist natürlich auch cool. Und ich bin tatsächlich gespannt auf die nächsten Teile. Würde ich tatsächlich ganz gerne. Momentan würde ich jetzt sagen, Arkham City ist doppelt so gut. Ja, sagen auch viele, dass Arkham City echt gut sein soll. Dass ich das auf jeden Fall eigentlich noch lohnen würde zu spielen. Deswegen bin ich da eigentlich auch echt motiviert, es noch zu spielen. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich werde darüber natürlich wieder abstimmen lassen, ob ich das noch spielen soll. Ob ich weitere Teile der Batman-Spiele spielen soll. Werde ich auf YouTube abstimmen lassen. Da werde ich euch dann verschiedene Spiele zur Auswahl geben. Unter anderem eben auch den zweiten Teil. Du fandest das Spiel sehr interessant. Ja, ich fand das Spiel auch sehr interessant. Der Banküberfall von Two-Face ist ein Easter Egg auf dem nächsten Teil. Okay, fängt wahrscheinlich damit an, könnte ich mir vorstellen. Naja, werden wir dann sehen. Wenn wir das vielleicht doch nochmal machen. So, die Abstimmung, die ist gerade schon gelaufen. Da sind gerade die Punkte schon rausgegangen dafür, dass ich tatsächlich hier beim ersten Versuch geschafft habe. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass ich den Joker auf dem ersten Versuch schaffe. Der war echt nicht so fies wie die... Weil dann musstest du weniger Gegner besiegen als unten, hatte ich das Gefühl. Naja, gut, dass wir es auf jeden Fall geschafft haben. Arcel, 1565 hat es gerade zum Ende hier auch noch mit reingeschafft. Freut mich auf jeden Fall. Du fandest das Spiel sehr gut. Ja, ich auch. So, sehen wir jetzt noch, wo weiter geflogen wird. Gibt es noch eine Sequenz am Ende? Oh nein. Eine Kiste mit dem Titanzeug. Hat es rausgeschafft. Und Scarecrow hat es auch rausgeschafft. Ah, das ist quasi hier noch die Scenes gewesen am Ende hier. Glückwunsch, du hast den gepanzerten Batsuit für die Herausforderungen freigeschaltet. Da sehen wir, was wir geschafft haben. 110 von 240 Rästel haben wir geschafft. Wir haben die Verbesserungen, 16 von 20. Einen Großteil der Verbesserungen hatten wir tatsächlich. Außerdem haben wir die Charakterbiografie, 29 von 42. Und insgesamt haben wir immerhin 69% geschafft. Ja. Für einen Cliffhanger, ja. Ein bisschen Cliffhanger war es nochmal. Eine Pizzaboy XDE 123. Dankeschön fürs Follow. Ich habe mir ein Follow verdient. Dankeschön, Dankeschön. Du bist schon länger dabei. Okay. Freut mich, dass ich dich hier überzeugen konnte. Das merkt man ja immer gar nicht. Wie viele Leute gerade zuschauen, die überlegen, ob sie einen followen sollen. Wenn ihr mir gerade zuschaut und überlegt, jetzt ist eure Chance. Die Charakter... Was wollte ich noch zeigen? Charaktertrophäen. Was für Charaktertrophäen. Ach, da unten Charaktertrophäen soll ich noch zeigen. Okay, was gibt es denn da? Da gibt es den Joker of Titan. Können wir uns hier anschauen. Als Charaktertrophäe. Ah, das sind noch die Charaktertrophäen hier. Oh ja, der ist ja hier eine Schönheit auf jeden Fall. Der Joker of Titan. Gut, Commissioner Gordon. Da sieht man halt die ganzen Charaktere, die im Spiel so auftauchen. Kann man hier nochmal zumindest die, die man freigeschaltet hat. Gibt es ja auch so ein Diorama. Gab es ja auch bei Star Wars Battlefront. Da sieht man nochmal die ganzen Charaktere, die hier so drin sind. Frank Bowles. Ja. Alle möglichen sieht man hier noch. Ja, das ist auch geil. Scarface, ja. Ist eigentlich auch der Joker quasi. Ist dann auch gleichzeitig Scarface. Verstehe ich das richtig? Hier sind noch die Blackgate-Typen. Wäre es noch cooler. Killer Croc müssen wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Killer Croc muss auf jeden Fall sein hier. Ah, schick auf jeden Fall. Killer Croc, muss ich sagen, war echt ein bisschen nervig da unten in den Höhlen drin. Aber trotzdem haben wir es irgendwie geschafft. Bane war okay. Der Bosskampf, der war nicht so schlimm. Hier nochmal die verschiedenen Versionen von Batman. Hier, normaler Batman. Batman gepanzert. Was weiß ich nicht alles, was hier noch alles ist. Ah, jetzt sind wir eh durch. Jetzt haben wir eh alle angeschaut, die wir freigeschaltet haben. So viele waren es nicht, die wir freigeschaltet haben. Aber so richtig viele gibt es da auch nicht. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt geschafft. Hat auf jeden Fall jede Menge Spaß mit euch gemacht. Also Dankeschön an alle, die dabei waren, die sich das hier live auf Twitch angeschaut haben. Oder natürlich auch Danke an die, die sich das dann auf YouTube anschauen werden. Ja, ich danke natürlich insbesondere meinen Moderatoren, die wieder fleißig hier Abstimmungen gemacht haben. Dafür hat sie... Da muss ich echt sagen, danke dafür, dass ihr so viele Abstimmungen gemacht habt. Das hat echt gut funktioniert. Jetzt auch gerade in den Bosskämpfen gerade eben war nochmal cool mit den Abstimmungen. Ja, dann bleibt mir wie immer nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Möge die Macht mit euch sein. Wir gehen natürlich noch raiden, keine Sorge. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Batman-Spiele wieder. Servus. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei. Doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.